Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Live-Chat-Funktion in einem WordPress-Beitrag oder einer WordPress-Seite einbindet. Auf Wunsch kann dieser schicke Chat auch in einem geschützten Mitgliederbereich gesichert werden. Los geht's! Okay, wir starten wie immer im Backend und installieren uns das Plugin Simple Ajax Chat. Ich veröffentliche auf diesem Kanal übrigens regelmäßig Videos zum Thema WordPress und Affiliate-Marketing. Wer Bock hat, kann also gern am Ball bleiben. Nachdem das Plugin installiert ist, gehen wir auf Einstellungen und finden dann hier unser Plugin. Das klicken wir an und finden dann hier unten auch schon die Plugin-Settings. Zuallererst kann man hier oben den voreingestellten Willkommensgruß ändern. Da schreibe ich mal Willkommen im Chat-Forum. Und auch den voreingestellten Chat-Kommentar kann man hier nochmal ändern. Kann man natürlich ein bisschen einfallsreicher sein. Und als nächstes kann man hier den Login voraussetzen. Das bedeutet, dass jeder, der an dem Chat teilnehmen möchte, sich zuvor einloggen muss. Das würde ich einfach, um Spam zu vermeiden, auf jeden Fall empfehlen. Hier einen Haken zu setzen. Den Display-Mode, den würde ich auch aktivieren. Das bedeutet, dass nicht eingeloggte Nutzer auch die Möglichkeit haben, den Chat zu verfolgen. Allerdings nicht die Möglichkeit haben, selbst Nachrichten im Chat zu hinterlassen. Um diese Variante dargestellt zu bekommen, bei der ich zwar den Chatverlauf verfolgen kann, aber keine Möglichkeit habe, hier uneingeloggt aktiv am Chat teilzunehmen, muss hier in den Einstellungen dieses Häkchen deaktiviert sein und hier unten muss ein Häkchen gesetzt sein. So, wenn man hier einen Haken setzt, dann wird der Login-Nutzername auch automatisch als Nutzername im Chat angezeigt. Das ist auch sinnvoll. Auch hier kann man einen Haken setzen. Linked Username, den Haken würde ich rausnehmen. Denn diese Möglichkeit hier, die kann auch zu einem großen Spam-Aufkommen führen. Deswegen würde ich das hier auf jeden Fall rausnehmen. Large Input Field, naja, da macht immer Sinn. Also von daher würde ich das hier auf jeden Fall drin lassen. Sound Alerts würde ich auch drin lassen. Und sofern man keinen Bock drauf hat, kann man die ja immer noch rausnehmen. Chat Order, hier würde ich auf jeden Fall einen Haken setzen. jQuery wird benötigt. Darüber braucht man sich keine Gedanken machen. Das ist in WordPress eingebaut. Disable IP Collection. Ja, alle IP-Adressen auf der Datenbank zu sammeln und zu speichern, davon würde ich auf jeden Fall abraten. Das würde einfach viel zu viele Server-Kapazitäten in Anspruch nehmen. Und vermutlich müsste man dann auch nochmal die Datenschutzerklärung anpassen. Auch hier, bei den Maximum Chats, kann man wieder die Server-Kapazitäten etwas entlasten. Wer meint, knapp 1000 sind zu wenig, der kann ja noch eine 9 dranhängen. Im Endeffekt geht es einfach wieder darum, Server-Kapazitäten zu sparen. Darauf kann man allerdings in späteren Einstellungen auch nochmal Einfluss nehmen, indem man Chats regelmäßig löscht etc. Ich würde das jetzt erstmal so lassen und dann später einfach darauf achten, dass man gegebenenfalls hin und wieder mal ein Chat löscht oder vielleicht auch den Verlauf vorher exportiert. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Maximum Chat Characters. Na ja, um zu verhindern, dass hier irgendein Einfallspinsel ellenlange Romane in die Chatbox reinknallt, kann man natürlich die Anzahl der verfügbaren Zeichen limitieren. 500 finde ich hier ganz gut, das würde ich einfach mal so drin lassen. Auch das kann man natürlich nach Belieben jederzeit wieder ändern. Dann Username Length, auch das auf 20 Zeichen limitiert. Das bedeutet, wenn der jetzt einen längeren Nutzernamen hat, dann wird er halt einfach nach 20 Zeichen abgeschnitten. So ein Pech. So, der voreingestellte Benachrichtigungstitel oder die Benachrichtigung, sagen wir es mal so. New Chat Message. Da schreiben wir doch einfach mal die deutsche Übersetzung rein. So, hier gibt es ein Benachrichtigungseicon, das ist voreingestellt, das können wir uns auch nochmal anschauen. Nach Belieben kann das durch ein anderes Icon ersetzt werden, das müsste man dann entsprechend in die Mediathek laden und hier dann den Link entsprechend aktualisieren. Okay, diese beiden Punkte können wir so belassen. Kein Grund, das zu deaktivieren. Der Update Intervall ist wieder eine Möglichkeit, die Serverkapazität ein bisschen zu entlasten. Das bedeutet einfach, dass ich eine kleine Verzögerung habe vom Abschicken meiner Chatnachricht bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie dann im Chat tatsächlich zu sehen ist. Die Fade Duration kann so bleiben. Hier kann man noch Veränderungen an den Farbeinstellungen vornehmen. Ja, wer Bock hat, das ein bisschen anzupassen, kann das gerne tun. Der kann sozusagen hier Fade-In und Highlight Colors durch Farben ersetzen, die vielleicht besser zum Outfit der eigenen Webseite passen. Auch das hier sind wieder Layout-Einstellungen. Wer sich ein bisschen mit CSS auskennt, der kann hier kleine Veränderungen dran vornehmen. Ist jetzt allerdings für unsere Grundeinstellungen nicht weiter wichtig. Diese Option hingegen ist sehr, sehr wichtig. Und zwar für die Performance unserer Webseite. Hier kann man genau bestimmen, auf welchen Seiten der Chat tatsächlich geladen werden soll. Wenn ich jetzt hier nichts eintrage, dann wird das gesamte CSS und JavaScript, was dieses Plugin an Gewicht mit sich bringt, auf allen Seiten und Beiträgen unserer Webseite geladen. Das wäre natürlich scheiße für unsere Performance. Aus dem Grund wollen wir hier genau definieren, auf welchen Seiten oder in welchen Beiträgen das Chatfenster tatsächlich geladen werden soll. Jetzt nehmen wir mal an, du erstellst eine Seite und nennst die einfach Chat. Dann trägst du hier die URL ein und deine entsprechende Seite mit dem Namen Chat. Nun wird der ganze Krempel tatsächlich nur dort geladen, wo er auch am Ende abgerufen werden soll. Hier im nächsten Schritt können noch ein paar eigene Inhalte hinzugefügt werden. Also wenn man vor der Checkbox oder auch nach der Checkbox und so weiter und so fort noch zusätzliche Inhalte hinzufügen möchte, dann kann man das hier nach Belieben tun. Für uns ist das vorerst nicht so wahnsinnig wichtig, also gehen wir erst mal auf die Speicherung. So, jetzt werden wir wieder direkt nach ganz oben katapultiert. Die Einstellungen haben wir ja soweit abgeschlossen. Die werden nämlich extra gespeichert und jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, Band Phrases einzufügen. Also wenn mal wieder irgend so ein Einfallspinsel auf die Idee kommen sollte, hier etwa Schimpfwörter in den Chat reinzuballern, dann kann man hier schon mal eine Liste mit bestimmten Wörtern erstellen, die man in seinem Chat nicht duldet oder vorfinden möchte. Und logischerweise kann man diese Liste dann auch nach Belieben erweitern. Mit immer wieder neun bösen Wörtern, die man in seinem Chat nicht haben möchte. So, das können wir wieder abspeichern. Und wir befinden uns schon wieder ganz am Anfang, also wieder runterscrollen. Und gehen auf Manage Chat Messages. So, auf diesen Punkt bin ich vorhin schon mal kurz eingegangen. Das sind die besagten Server-Ressourcen-Verwaltungen. Einfach nur, um unsere Datenbank nicht mit unfassbar viel Information zu belasten, die keiner mehr braucht, kann man hier die Chat-Verläufe löschen und somit ein paar Server-Ressourcen einsparen. Wenn man möchte, dann kann man hier unter die einzelnen Chats vorher noch exportieren. Und wenn man mal gar keinen Bock mehr auf all die Einstellungen hat, die man zuvor hier alle eingegeben hat, dann kann man auf Restore Default Settings gehen und alles ist wieder voreingestellt, wie es zu Beginn war. Gut, für uns reicht das erstmal soweit. Wir brauchen jetzt hier unseren Shortcode. Hier das Template Tag, das ist für uns nicht so wahnsinnig interessant. Wir wollen das ja einfach nur in einen Beitrag oder eine Seite einbinden. Also kopieren wir hier kurz den Shortcode, gehen dann zu dem Beitrag, in dem wir die Chat-Funktion einbauen wollen oder beziehungsweise erstellen einen neuen Beitrag oder die Seite. Wie gesagt, das muss mit unserer Ausschlussliste von vorhin übereinstimmen. Jede URL oder jeder Link muss mit der Seite oder dem Beitrag logischerweise übereinstimmen, damit die Chatbox überhaupt geladen wird. So, hier suchen wir uns jetzt mal dieses kleine Pluszeichen, gehen dann auf Shortcode. Fügen hier unseren Shortcode ein, gehe dann auf Aktualisieren. Das sieht man hier oben kaum. So, Seite wird aktualisiert. Dann sehen wir uns den Beitrag mal an. Und hier finden wir jetzt unser Chat-Fenster und daneben unser Eingabefeld. So, da ich hier bereits eingeloggt bin, wird mein Name direkt angezeigt und ich kann aktiv an dem schicken neuen Chat teilnehmen. So, jetzt hat man hier auch gerade ganz gut mitbekommen, dass die Nachricht leicht verzögert nach der Eingabe erst im Chat-Fenster auftauchte. Auch das war eine dieser angesprochenen ressourcensparenden Maßnahmen. Wir schauen uns das nochmal kurz an. Und zwar war das hier dieser Update-Intervall. Das hatten wir hier bei den 3000 Millisekunden, also drei Sekunden belassen. Das ist die Voreinstellung, in dem das Plugin den Chat-Verlauf updatet. Wir könnten das jetzt natürlich auch runterstellen auf eine halbe Sekunde und das hier auf 500 abändern. Dann würde der Chat alle halbe Sekunde lang aktualisiert werden. Das wäre sicherlich auch viel schöner für alle Chat-User. Allerdings, was unsere Ressourcen und Serverleistung angeht, wäre das vielleicht ein bisschen zu herausfordernd. Aus dem Grund würde ich das hier ruhig bei drei oder vielleicht auch zwei Sekunden belassen. Erneut speichern. So, jetzt könnte man den Chat natürlich öffentlich und für jedermann zugänglich auf dem Beitrag oder der Seite platzieren. Ich persönlich würde den jedoch immer in einem Mitgliederbereich, also durch ein Member-Plugin schützen. Einfach nur, um zu vermeiden, dass man maßlos zugespampt wird. Sofern jemand wissen möchte, wie man am besten so einen geschützten Mitgliederbereich erstellt, dann einfach in die Kommentare schreiben. Dann mache ich da nochmal ein Video zu und sofern es dich interessiert, wie du deine WordPress-Webseite auf Mobilgeräten schneller machen kannst, dann solltest du dir dieses Video hier anschauen.